ARD Text im Auftrag von Funk ja ich habe ihn mit der ich habe mit der granate gehört ich musste raus geht ich muss auch gleich das ding raus ziehen siehst du meine blutspurt haben jetzt keiner wissen dass das ist alles nur meine tage ein erster ob er liegt er liebt danke dafür kein ding ich habe gesehen dass sie sich tropft ich habe mir nicht getroffen ich weiß noch nicht wie das sein konnte ich ich bin schon neidisch Jürgen du musst mir das Bild von Trey einmal schicken ich weiß ja nicht was du damit machen willst heute Nacht aber ganze abend für her compared und das Bio-Befahrgut-Behälter-Zentrum Was sagt er? Hast du denn den Tag? Hahaha Ihr seid alle so behindert, ne? Fanny, lad das mal hoch, bitte In dem Penthouse Okay Hi, Mute Ich hab meinen echten Namen dabei Hey Mute Hallo